. Hat deine Mami einen Schmeler einen Wagen? Ja. Hat deine Mami einen Schmeler einen Wagen? Ja, ich glaube, der ist nur ... Ich bin zwar nicht sicher, aber ich glaube, der ist nur 1,30. In Papua begrüssen wir Stadt Nr. 3, Daniela Schneider aus Rindheim. Spanelle Glissi, 18-jährige Bollinger. Was richtig? So, gell? Ah! umm KFA KFA Ist ? ... Lass ... ... ...drei ... Mir heisst die Glocke, die Zeiten gehört, der hinteren Baugruhr ist offen für Stand Nummer 3, Daniela Schnolder aus Breithel, Unterlissen. Hör! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020